Ein Ford Ranger ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-thürig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Der Allraddiesel überträgt eine satte Leistung von 200 PS auf ein Automatikgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 33.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.